Ja, moin und herzlich willkommen hier auf dem Biolandbetrieb Backen-Solz. Mein Name ist Jasper Metzger-Petersen. Ich bin der Inhaber. Wir befinden uns hier in Osterohrstedt. Das ist Kreis Nordfriesland im Norden von Deutschland. Der Hof herbeckt neben der Milchviehherde und dem Ackerfutterbau eine Biogasanlage, eine Rohmilchkäserei, ein Hofrestaurant, einen großen Hofladen, einen Hofkindergarten. Und so schaffen wir im Prinzip ein sehr breites Angebot für unsere Kunden oder Interessierte hier vor Ort die Landwirtschaft zu erleben. Also mit Alter arbeiten wir jetzt schon seit über zehn Jahren erfolgreich zusammen. Wir sind da immer Stück für Stück weitergekommen, haben immer neue Ziele definiert. Oft am Anfang genetische Ziele. Wo liegen unsere Schwerpunkte? Gerade dadurch, dass wir die Milch komplett auf dem Hof direkt verarbeiten, haben wir natürlich andere Zuchtziele als andere Betriebe und konnten dann über die Jahre immer weiter voranschreiten und jetzt eben über Dairycom und Alter Cowwatch eben die finale Phase einläuten, dass wir jetzt im Prinzip eine riesen Datenmenge haben und da auch für uns natürlich, für unser Herdenmanagement unheimlich viele wichtige Daten zur Verfügung stehen haben. Aber auch für die Alterberater, die dann schon von außen in unser System rein können und sich einen Überblick schaffen können. Also gerade die Kombination aus Alter Cowwatch als Datenerfassung in Kombination mit dem Dairycom sind für mich in der Beratung unwahrscheinlich hilfreich, weil wir eine mega Datengrundlage haben. Und gerade das Dairycom uns ja eh schon viel auswerten kann, was immer wir wollen. Und dann in Bezug auf die Schwachstellenanalyse, wir genau dahin kommen auf kurzen Wege, wo wir anpacken müssen. Unsere tägliche Arbeitsroutine hat sich durch Cowwatch sehr verändert, da wir nicht mehr darauf angewiesen sind, so intensiv unsere Tiere selber zu beobachten, sondern uns da sehr auf das System verlassen können. Und dadurch stellt sich eine gewisse, ja wie soll man sagen, eine gewisse Ruhe ein, weil man einfach weiß, es gibt ein System, das sorgt dafür, dass eine rund um die Uhr Überwachung da ist. Und das macht die Arbeit doch deutlich entspannter. Durch die intensive und lückenlose Gesundheitsüberwachung bietet das Alter Cowwatch eine gute Präventionsmöglichkeit vor schwerwiegenden Krankheiten. Das heißt, wir können im Prinzip das Problem im Keim ersticken. Bevor die Kuh wirklich krank wird, haben wir schon den ersten Gesundheitsalarm und können dann ran an das Tier gucken, wo ist das Problem und sehr frühzeitig versuchen, dieses Problem zu lösen, ohne am Ende das zu einem großen Problem werden zu lassen. Durch die Kopplung zwischen DairyComp und alter Cowwatch spart man sich erst einmal Doppel-Eingaben. Also dadurch, dass wir die Daten von DairyComp eben an alter Cowwatch senden. Hier auf dem Betrieb Backensholz funktioniert das folgendermaßen, die Kühe laufen im Sommer auf der Wiese. Trotzdem erhält alter Cowwatch dort die Aktivitätsdaten und Gesundheitsdaten, die dann weiter geschickt werden an DairyComp. DairyComp verarbeitet diese Daten zum Beispiel in Brunstlisten, also welche Tiere sollen jetzt wirklich besamt werden und schickt die dann weiter an das Melksteinprogramm und damit auch an die Selektion. Das heißt, die Tiere stehen dann automatisch nach der nächsten Melkzeit in der Selektion, ohne dass man sie vorher extra eingeben muss. Durch alter Cowwatch sind wir in der Lage, durch diese große Datengrundlage, die wir haben, in Verbindung mit dem DairyComp unsere Kennzahlen genau im Blick zu haben. Dadurch ein Stück weit eine Motivation der eigenen Mitarbeiter zu festigen, weil wir einfach genaue Ziele abstecken können, die wir erreichen wollen. Das sehen können anhand von verschiedenen Kennzahlen, was wir bereits erreicht haben, um so im Prinzip den Betrieb zukunftsorientiert aufzustellen, weiterzubringen und am Ende das Bestmögliche für unsere Kühe zu erreichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017